Hi Leute, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einem Video über Suicide Squad Killjustice League und welche Crafting-Möglichkeiten euch insbesondere im Endgame zur Verfügung stehen. Wir werden deswegen auch gleich ins Geschehen reingehen und uns mal anschauen, was wir machen können und warum das eigentlich ziemlich cool gelöst ist. Wenn ich jetzt in meinem Endgame unterwegs bin und vor kurzem habe ich diese Waffe hier gefunden, allerdings in einer anderen Version. Ihr seht jetzt hier diese drei Knöpfe, grün, blau und lila und das sind die Augmentationen, so werden die in diesem Spiel genannt. Als ich diese Waffe gefunden habe, war sie nicht in einer Meisterstufe und sie hatte nur zwei Augmentationen dabei. Das erste, was man in so einem Fall machen kann, um drei Augmentationen zu bekommen, ist der Pinguin. Man geht dann hier hin und geht auf Überholung, wählt sich dann zum Beispiel die Waffe aus, die man verändern möchte. Wenn wir uns jetzt einfach das hier mal anschauen, werdet ihr sehen, dass wir hier auf Überholung drücken können und die Werte neu auswürfeln lassen. Also eigentlich alles. Wenn wir jetzt einfach mal drauf drücken, beobachtet, was hier momentan alles dran steht und was nach der Überholung dran steht. Das wird interessant. So, ihr seht jetzt, es hat sich einiges geändert. Es muss sich nicht alles zum Positiven ändern, aber ihr habt die Chance drauf. Zum Beispiel haben wir jetzt drei Augmentationen bekommen und drei sind aktuell das Maximum. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall anstreben, dass ihr auf euren Items drei Augmentationen drauf habt, bevor ihr irgendwelche anderen Dinge macht, auf die wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Dieses Überholen würde ich euch empfehlen. Wenn ihr seht, dass ihr den Effekt, der auf einer Waffe drauf ist, dass ihr den sehr schätzt und sehr gerne spielen möchtet, dann guckt ihr, dass ihr das Ganze überholen könnt, dass ihr drei Augmentationen drauf habt und natürlich hier möglichst auch gute Werte und so weiter, dass das alles ziemlich gut aussieht. Und sobald das passiert ist und wir gucken uns das jetzt noch mal einem Praxisbeispiel an, nämlich bei mir hier, möchte ich mal ausprobieren, mit diesem Glücksbringer, mit dieser Münze zu zocken und das einfach mal zu testen. Jetzt schauen wir einfach mal, wenn wir eine Überholung machen wollen würden, könnten wir jetzt hier beim Glücksbringer was auswählen. Ich werde allerdings hier jetzt keine anderen Sachen vornehmen, weil ich schon drei Augmentationen drauf habe. An dem hier ändere ich jetzt sowieso nichts. Jetzt geht es dann den nächsten Schritt weiter und hier kommen wir dann zu weiteren coolen Funktionen, die das Crafting in Suicide Squad Kill Justice League bietet. Und das ist nämlich beim Toyman. Der Toyman ist hier drüben um die Ecke und der hat mehrere Angebote für uns. Wir gehen eigentlich hauptsächlich auf Modifizieren oder auf Elite. Hier ist eigentlich nichts Besonderes, das hat nur Spielfunktionen, was einen sonst nicht arg kümmern muss. Wir gehen dann hier auf Glücksbringer und haben dann die Möglichkeit, sämtliche Gegenstände, die wir einfach haben, zu modifizieren. Modifizieren wäre ein erster Schritt, den wir gehen können. Wenn wir jetzt hier sind und auf E drücken, sehen wir, was wir möglicherweise erhalten können, wenn wir das neu auswürfeln lassen. Wir können den alten Effekt behalten oder wir wählen einen anderen aus und können das Ganze dann so oft wiederholen, wie wir Ressourcen gesammelt haben. Jetzt seht ihr, dass dadurch jetzt nicht unglaublich besondere Dinge dabei rauskommen. Deshalb lasse ich das hier einfach mal an der Stelle so. Der kritische Trefferschaden gefällt mir eigentlich sehr gut. Aber das hier würde ich doch gerne austauschen, weil ich zum Beispiel gerade einen Brennen-Bild versuche, mit meinem Shark zu spielen, der mir gerade viel Spaß macht. Hier sehen wir, jetzt haben wir 48% gegen rasende Feinde bekommen. Das ist nicht das, was wir unbedingt möchten. Wenn wir jetzt E drücken, zum Beispiel, sehen wir, was wir bekommen können. Und ich möchte jetzt hier so viel Schaden wie möglichen brennende Feinde. Deswegen machen wir das Ganze einfach mal weiter. Sehen leider noch mal elektrisierte Feinde. Wieder mal Pech gehabt. Dann gehen wir halt noch mal ran und probieren es noch mal. Vielleicht kriegen wir was für Brennen. Nein, diesmal auch noch mal elektrisierte Feinde. Und so lange geht halt das Spiel, bis man dann doch mal was bekommen hat, was man dann gebrauchen kann. Dann, ich möchte jetzt wirklich ganz konkret den Brandschaden pushen. Deswegen werden wir das Spielchen auch so lange weiterspielen, bis wir hier was haben. Und ich habe es richtig genommen, Gott sei Dank. Ich habe mich nicht mit der Leertaste verdrückt. Und jetzt sehen wir, dass wir diesen Effekt hier bearbeitet haben und die anderen Effekte nicht mehr bearbeiten können. Jetzt sagen wir aber zum Beispiel, wir haben dieses Item im Test gehabt. Also wenn, bevor wir zu dem Schritt kommen, vielleicht noch kurz hier unten Tatze aktivieren. Dann könnt ihr hier einen Effekt auswählen. Das ist auch eine Möglichkeit übrigens. Also wenn ihr modifizieren geht, kommt immer ein zufälliger Effekt. Wenn ihr Tatze macht, kostet mehr. Kostet vor allem von dieser Ressource, die wo ich gerade davor bin, die ist sehr selten. Das ist diese hier, die mit 29. Und dann könnt ihr hier aber direkt auswählen, was ihr haben wollt. Welcher Wert dabei rauskommt, das ist immer noch Zufall. Aber ihr könnt wirklich konkret sagen, ich möchte das oder ich möchte das und das. Das ist noch eine Möglichkeit von Tatze. Aber worum es mir eigentlich jetzt geht, ist Elite. Und diese Elite-Funktion finde ich besonders cool. Weil ihr einfach sagen könnt, ihr habt jetzt entweder mit Pinguins Hilfe oder mit Toymans Hilfe einen Gegenstand geschaffen, den ihr mögt in seiner Grundlage und der zu eurem Build sehr gut passt. Wir gehen jetzt einfach den Schritt weiter und denken, ich hätte jetzt dieses Item getestet und hätte gesagt, wow, das ist super geil. Der Effekt gefällt mir richtig gut. Und eigentlich alles, was drauf ist, ist okay. Da kann ich weiter drauf aufbauen. Dann entscheide ich mich dazu, auf Elite zu gehen. Das kostet mich auch wieder von der Ressource hier. Also sollte man sich doch überlegen davor. Und dann kann ich nämlich hier diesen Gegenstand zu einem Elite-Gegenstand machen. Und das, was ihr dann dadurch bekommt, ist halt einfach fürs Endgame eine super Sache. Denn ihr könnt jetzt wiederum alle diese Slots modifizieren, wie ihr seht. Und ihr könnt jetzt einfach auch noch hier weiter basteln und sagen, ich möchte hier das noch verbessern oder ich möchte anstatt 22% kritischen Treffer schaden, 25% irgendwie rollen, damit ich das Maximum bekomme, was es zu bieten gibt, einfach hier in diesem Game, auf diesem Gegenstand, auf dieser Augmentation. Und so könnt ihr wirklich den Gegenstand, den ihr euch auserkoren habt. Und irgendwann habt ihr natürlich dann euer gesamtes Gear mit solchen Elite. Ich habe das noch nicht so häufig gemacht. Aber so könnt ihr dann einfach wirklich aus dem Item, was ihr gesagt habt, der Effekt ist cool, die Augmentation und so weiter passen soweit. Aber ich möchte es ans Limit pushen. Dann macht ihr Elite. Und ich finde diese Crafting-Option super geil, weil es dir eben die Möglichkeit gibt, sobald du das gefunden hast, was du suchst, musst du nicht hunderte Stunden weitersuchen, um den maximalen Roll von diesem Item zu finden durch Glück, sondern du hast tatsächlich die Möglichkeit, das über das Crafting dann zu regeln und hier die Limits zu pushen. und das finde ich eine feine Sache, finde ich gut gedacht. Deswegen Daumen hoch auf jeden Fall für dieses Crafting-System. Lasst mir gerne eure Meinung dazu da, wie findet ihr diese Vorgehensweise. Ich freue mich auf euer Feedback. Danke fürs Einschalten und dann bis zu einem nächsten Video hoffentlich. Macht's gut Leute und ciao.